Hallo meine lieben Garnkünstlerinnen und Garnkünstler, willkommen zurück in der Hobby-Ecke. Ich bin Sarah van Drath und komme zu euch wie immer aus dem sehr regnerischen Teutoburger Wald. Wenn ihr gerne wissen möchtet, was ich in den letzten Monaten so gestrickt und gewerkelt habe, dann bleibt doch ganz einfach dran. Gleich geht's los. Ja, meine Lieben, willkommen zurück in der Hobby-Ecke. Meine Güte, das ist schon wieder Monate her, dass ich das letzte Mal einen Podcast aufgenommen habe und irgendwie fängt jeder Podcast mit diesem Satz angefühlt. Aber es ist tatsächlich so, ich habe euch im Frühsommer diesen Jahres in eine Sommerpause geschickt und schwupps ist schon wieder Mitte November. Es ist verrückt, wie schnell die Zeit vergeht und ich habe das Gefühl, dass ich euch so viele Geschichten erzählen möchte, von denen ihr wahrscheinlich nur die Hälfte wissen wollt. Aber es ist natürlich viel passiert hier bei uns im Hause Art van Drath und Sarah van Drath. Es sind nämlich auch ganz viele neue Zuschauerinnen und Zuschauer dazugekommen. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr macht es euch richtig schön gemütlich. Bei mir ist es heute mal ein ganz bisschen kuscheliger als sonst. Ich habe mich mal dafür entschieden, den Hintergrund ein bisschen anders zu gestalten. Irgendwie war mir diese Handwerkswand mit den ganzen Garn, war mir irgendwie nicht danach dieses Mal. Und ich dachte mir, es muss irgendwas richtig gemütliches und kuscheliges sein, weil bei uns draußen ist ordentlich Schietwetter. Aber mit einer Tasse Tee und Strickzeug seid ihr hoffentlich schön eingekuschelt auf eurer Couch oder vielleicht im Bürostuhl, wer weiß, wo ihr so über den Podcast schaut. Aber ich dachte mir, weil eben so viele neue Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sind, stelle ich mich nochmal kurz bei euch vor. Ja, ihr wisst ja eigentlich alle, dass ich Sarah van Drath heiße. So heißt ja auch dieser YouTube-Kanal, auf dem ihr euch gerade befindet. Ich bin 33 Jahre jung, frisch verheiratet, lebe in der Nähe des Teutoburger Waldes, habe mein kleines Art van Drath-Label hier gegründet. Dieses Jahr, um genau zu sein, ist also noch gar nicht so lange her und komme ursprünglich von der wunderschönen Ostseeküste aus der Nähe von Insel Usedom. Ja, da schlägt mein Herz so richtig schnell und normal. Und ja, wir versuchen auch, unsere Urlaube immer ganz nah am Wasser zu verbringen. Wir sind leidenschaftliche Camper. Wir sind also viel unterwegs, Sommer wie Winter. Und das macht uns ganz viel Spaß. Was aber auch viel Spaß macht, sind Stricksachen. Und davon habe ich heute eine ganze Menge für euch mitgebracht. Und bei dem Titel des Videos könnt ihr schon erahnen, worum es so ein bisschen geht, fantastische Metamorphose. Nicht nur der Hintergrund hat sich verändert, sondern auch meine Haarlänge. Falls ihr mir nicht bei Instagram folgt, dann wisst ihr das ja noch gar nicht und seid jetzt vielleicht ein bisschen überrascht. Ich habe mal ganz lange Haare gehabt. Für diejenigen, die es nicht wissen, die habe ich alle abschneiden lassen, so vor drei, vier Wochen. Das war die beste Entscheidung ever. Ich habe das schon mal machen lassen. Da waren sie aber nicht ganz so lang. Da waren es, glaube ich, nur so 20 Zentimeter. Und diesmal waren es tatsächlich 40 Zentimeter. Die habe ich dann auch alle gespendet. Die Haare kann man ja so zu haare-spenden.de oder sonst wo hinschicken. Und dann werden die aufbereitet zu Perücken für Personen, denen die Haare aufgrund von Erkrankungen oder anderen Dingen ausgegangen sind. Ja, und das ist so die erste Metamorphose, die ihr so sehen könnt an mir persönlich. Und was so ganz fantastisch ist an dieser Folge, damit fangen wir doch gleich mal an, nämlich mit dem ersten fertigen Objekt. Und jetzt ist es, glaube ich. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Ja, wie ihr schon in dem kleinen Vorspannfilm sehen konntet, handelt es sich um den Fanta Stitch Shawl von Stephen West. Leute, Leute, mein Gott, habe ich mich mit diesem Teil abgekämpft. Das sollte unbedingt ganz schnell fertig werden, weil ich dachte, Stephen West Projekte, da hast du dich schon mal dran versucht an einem Mystery-Net-Along, das hat nicht so richtig hingehauen. Irgendwie war der Oktober ein bisschen zu dunkel für mich und ich habe mich dauernd verzählt, ich war unkonzentriert und da habe ich gedacht, boah, ne, wenn ich nochmal ein Stephen West Projekt mache, dann muss das irgendwie im Sommer passieren. Da ist es lange hell, da bin ich wahrscheinlich viel öfter unterwegs und dann vielleicht auch ein bisschen beweglicher im Kopf noch. Und ja, also habe ich gesagt, der Sommer, das wird meine Zeit, in der ich den Fanta Stitch Shawl stricke. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich für eine Kit-Variante entschieden. La Bien Aimee hat ja so, glaube ich, zwei oder drei Varianten zur Verfügung gestellt. Und ich habe mich eben für diese Gold-Silberne Variante mit so einem Schuss Rosa drin entschieden. Ich finde die Farben sensationell. Und obwohl der Schal so wahnsinnig groß ist, ist er federleicht tatsächlich, weil hier auch ganz viel Suri-Abhacker drin ist und natürlich auch ganz viel Fingering-Garn, also ganz, ganz dünnes Garn mit, ich glaube, 3,5 Millimetern gestrickt. Und ja, er ist hier jetzt so schön ordentlich, ja, aufgeräumt auf dem Bügel zu sehen. Ich versuche jetzt gar nicht erst, ihn hier auszubreiten für euch, aber ihr könnt ja zumindest das Muster hier schon einmal erahnen. Es ist einfach wunderschön gearbeitet, fängt hier oben ganz unschuldig mit ein paar wenigen Maschen an und endet dann in diesem Wahnsinns-Eikor mit über 2.000 Maschen, die in der letzten Runde zu stricken sind. Auch das habt ihr gerade schon gesehen, das war eine kleine Odyssee. Ich dachte, boah, super, der ist jetzt gleich fertig, der Schal. Und dann denke ich, scheimkleister, ein Eikort-Beindorf, das kann nicht wahr sein. Aber ich finde, das hat sich total gelohnt. Der ist super, super schön geworden, nicht nur der Eikort-Ranz, sondern der ganze Schal. Ich bin sehr, sehr stolz. Das ist so mein Meisterstück in Sachen Geduldstricken tatsächlich. Ich muss sagen, die einzelnen Muster, die ich hier so gewerkelt habe, die gingen eigentlich super schnell. So bis hier so ungefähr. Und dann hatte ich irgendwann über 700 Maschen auf der Nadel. Und dann hat natürlich jede Reihe immens lang gedauert. Ich glaube, das hier unten, dieser untere Chevron-Teil, da habe ich für eine Reihe, ich glaube ungelogen, so eine Dreiviertelstunde gebraucht. Also wirklich Geduld ohne Ende bewiesen, muss ich wirklich sagen. Aber es hat sich sehr gelohnt. Der ist einfach ein Traum. Und das Garn, das hat auch gut abgelagert, wie ich immer so schön sage. Ich glaube, ich habe das vor zwei oder zweieinhalb Jahren gekauft. Moment. Der Schal will abhauen. Das soll er natürlich nicht. Ich glaube, das Garn habe ich vor zwei, zweieinhalb Jahren ungefähr gekauft und mich immer nicht herangetraut. Erstens, weil ich wusste, okay, das ist ein Riesenschal, das wird ewig dauern. Und zweitens, oh, das ist so schönes Garn und du willst es nicht irgendwie versauen, weil du Mist machst oder ständig Fehler und dann hast du keinen Bock mehr weiter zu stricken. Und dann fristet das unfertige Objekt ewig lange irgendwo in der Kiste. Aber dem war Gott sei Dank nicht so. Ich habe zwar ein, zwei Fehler reingehauen, aber die sind so minimal gewesen, wo ich gedacht habe, ne, also das machst du auf gar keinen Fall nochmal auf. Ja, aber das ist nun mein Fantastisch-Schal von Stephen West endlich fertig. Ich habe ihn auch schon sehr oft getragen, wobei ich echt manchmal ein Problem damit habe, weil ich nicht weiß, wie ich ihn mir am besten drei oder vier Mal um den Hals wickeln soll. Aber das ist eine Übungssache, denke ich. Und der ist einfach so schön. Und für diesen Schal habe ich mir auch extra so Blocking-Matten geholt. Und ich wollte mir erst die Teile von Kokonitz holen. Die Blocking-Matten mit den T-Nadeln dazu. Aber, ne, das war mir dann doch zu teuer. Und ich habe dann bei Amazon so zwei günstigere Varianten gefunden. Und da habe ich mir dann tatsächlich zwei Sets mit Blocking-Matten geholt, damit ich dieses Monstrum an Schal dann blocken konnte. Und ich muss sagen, seitdem blocke ich meine gewaschenen Strickteile immer. Das ist einfach so viel schöner, wenn man das so richtig auf einer Matte so feststecken kann. Man ist schön glatt und die Maschen sind so schön gleichmäßig. Also, warum ich acht Jahre gebraucht habe, um darauf zu kommen, mir Blocking-Matten zu kaufen, keine Ahnung. Aber jetzt habe ich jedenfalls welche. Ja, das ist also mein wunderschöner Fanta-Stitch-Schawl. Und wir machen auch gleich weiter mit dem nächsten fertigen Objekt. Denn ich habe da noch so das ein oder andere, was schon von den Nadeln gerutscht ist. Wie immer habe ich natürlich alle Informationen zu allen Stricksachen und worüber ich so spreche, für euch in die Infobox geschrieben. Wenn ich es schaffen sollte, mache ich auch wieder die Zeitstempel rein, dass ihr also so von Kapitel zu Kapitel springen könnt, wenn ihr bei euch auf dieser Timeline mal so ein bisschen hin und her scrollt. Ich hoffe, dass es funktioniert hat. Ansonsten findet ihr aber auch die Kapitel immer in der Videobeschreibung, sodass ihr immer zu diesen Themen hinspringen könnt, die euch gerade besonders interessieren. Jetzt ist ja endlich auch mal Herbstzeit. Und wie gesagt, bei uns sind jetzt auch endlich mal Herbsttemperaturen. Ich denke, bei euch war es ähnlich. Also wir hatten ja einen wunderschönen, goldenen und sehr warmen Oktober. Aber jetzt ist so richtig schönes Schietwetter draußen. Ich habe so ein ganz bisschen Nieselregen und Wind und so 10 Grad. Und ich denke mir so, endlich! Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag so ein Wetter einfach total. Ja, und passend dazu habe ich im Frühjahr schon mein Freda-Kleid fertig gehabt, von der Mercerie aus München, von der lieben Dagmar, designt und gestrickt. Außer das hier, das habe ich natürlich selber gestrickt. Ja, das habe ich euch ja, glaube ich, schon in dem vorletzten oder vorvorletzten Podcast vorgestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit ich da war. Aber jetzt ist es komplett fertig, wie ihr sehen könnt. Und es hat eine wunderschöne Colorwork-Rundpasse. Und man hat auch hier am Erbelbündchen noch so ein bisschen Colorwork. Es ist einfach super, super schön geworden. Das Muster ist ganz, ganz entzückend. Und für den Colorwork-Teil bin ich tatsächlich auch wieder eine Nadelstärke höher gegangen, damit das mit der Maschenprobe uns so schön ganz dann prima hinkommt. Und zum Schluss habe ich hier oben auch noch wieder ein I-Cord rangearbeitet. Genauso wie es auch in der Anleitung vorgesehen ist. Die Passform ist super. Die sitzt, also das Kleid sitzt richtig schön locker und flockig und entspannt. Ich mache mir ja immer noch so einen Gürtel rum, damit ich das noch ein bisschen so in meine Form pressen kann, so wie ich das gerne haben möchte. Und ja, jetzt kommt auch endlich die Zeit, wo ich das tragen kann und mir nicht einen Wolf schwitze. Und da freue ich mich natürlich schon sehr drauf. Mein erstes Strickkleid dieser Art ist einfach super schön. Meine Mama wollte mir das schon abluchsen. Aber ich muss ja schon fast sagen, zum Glück passt sie da nicht rein. Also kann ich das behalten und selber tragen. Ja, aber es ist natürlich keine Herausforderung, das vielleicht noch mal zu stricken in der größeren Größe oder vielleicht auch nur ein Pullover davon zu stricken, irgendwo hier in der Mitte aufzuhören, mit einem I-Cordrand abzuschließen. Und schon hat man wunderschönen Pullover. Ist natürlich alles möglich. Und ja, wie gesagt, der Colorwork-Teil, der ist einfach super, super schön. Der war wieder ganz, ganz schnell fertig. Und wenn ich euch gleich nachher noch über die Projekte so ein bisschen hinwegberichte, was sonst noch so auf die Nadeln kommen soll, diesen Herbst, Winter, dann wisst ihr, okay, Colorwork ist bei Sahara ganz schön angesagt gerade. Ja, was habe ich verwendet? Es ist eine Garnmischung aus dem Ito Sokoshu in Top Grey und dem La Mana Premia in der Farbe Marone oder so, wie ist das, glaube ich? Das ist so ein schönes Moher-Braun gewesen, sein Moher in Braun. Wunderschöne Farbkombi, changiert ganz schön so in Grau- und Brauntönen. Passt natürlich auch zu meinen Klamotten, die ich sonst so im Schrank habe. Ich habe schöne Stiefel, die dazu passen, einen schönen Mantel. Habe ich alles auch schon mal probeweise angehabt, aber jetzt kann ich das Outfit endlich mal ausführen. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf. An der Konstruktion habe ich für mich persönlich nichts verändert. Ich mag das sehr, wie die Dagmar so ihre Strickteile schneidet, so in Anführungsstrichen, also wie sie die Konstruktion macht, so ein bisschen mit einem überschnittenen Ärmel. Weil das ist schön bequem und locker sitzt. Und ja, ich glaube, die Rocklänge habe ich ein ganz bisschen angepasst. Ich glaube, ich habe nicht ganz so weit gestrickt. Endet bei mir so ungefähr Mitte, Oberschenkel, so ganz kurz vorm Knie. Also ganz, ganz schön geworden. Und ich freue mich sehr, wenn es jetzt hoffentlich endlich mal kälter wird, noch kälter wird und auch kälter bleibt, damit ich mein wunderschönes Friedakleid ganz, ganz oft tragen und kuscheln kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für funk, 2017 und mit dem Führerinnen und ZDF für funk, 2017 oder mit dem Führerinnen und ZDF für funk, 2017 sowie mit dem Führerinnen und ZDF für funk, 2017 Und ich meine Wunderschönsprecher, aber auch nicht so weit gestrickt. Und ich glaube, das war es richtig, dass ich meine Wunderschönste beleidigte, dass ich meine Wunderschönste und schweifte, in der sich die Wunderschönsteuerung stehe, Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Golden, golden things Ich habe das Gefühl, dass ich heute so einen richtigen Marathon an fertigen Objekten für euch habe, denn hier ist schon das dritte fertige Teil, das ich gestrickt habe in dieser großen, großen Sommerpause. Und zwar ist das der Ayami Sweater von Isabel Kremer. Das ist das erste Teil, was ich von der lieben Isabel Kremer gestrickt habe. Und ich war so schockverliebt in diesen wunderschönen Halsausschnitt, beziehungsweise in die Rundpasse mit diesen verschiedenen Zöpfen, die ihr hier sehen könnt. Es ist wirklich ein Träumchen. Dadurch, dass das jetzt hier so ein bisschen gespeckelt ist, das Garn geht, das ist ein ganz, ganz winzig kleines bisschen verloren. Aber ich finde, das geht gerade noch so. Und wenn das Licht drauf scheint, dann sieht man die schöne Zopfarbeit hier ganz, ganz wunderbar. Und wenn ihr euch jetzt wundert, dass mein Ayami Sweater irgendwie so ein bisschen anders aussieht als von anderen Strickerinnen. Denn zum Beispiel beim Habtisfein Podcast habe ich nämlich dieses schöne Teil entdeckt. Vielen Dank für die Inspiration. Und dann bin ich gleich mal in meinen Wollvorrat eingetaucht tatsächlich und habe geschaut, ob ich genug Garn in der passenden Farbe und Stärke da habe. Hatte ich auch, bis auf die Menge. Die hat leider nicht ganz so gereicht. Ich habe nämlich hier so ein schönes Decay-Garn noch von Katinchen Jans gehabt. Das ist die Farbe Amor und Psyche. Ich habe keine Ahnung, ob sie das noch färbt. Könnte natürlich sein, weiß ich nicht genau. Drei Stränge hatte ich davon übrig. Das sind so 100 Gramm mit 230 Meter Lauflänge. Also schon ein dickeres Decay, wenn nicht sogar schon light worsted. Aber ich dachte mir, ich probiere das mal und gucke, wie weit ich komme. Ich denke, für eine Cropped-Variante sollte es ausreichen. Jedenfalls war das so meine Hoffnung, die ich hatte, als ich das Garn ausgesucht hatte. Habe dann einfach drauf losgestrickt und habe gedacht, komm, ich stricke einfach so lange, bis es passt. Bis der Körper so ein bisschen weit genug passt, dass sie zumindest so ein bisschen in die Brust bedeckt. Nicht wahr? Ich habe ja auch öfter so ziemlich hochgeschnittene Hosen an oder auch Röcker an, die dann auch so über den Bauchnabel rüber gehen. Und dann dachte ich mir, da reicht so eine Cropped-Variante doch wunderbar aus und das sollte doch zu schaffen sein mit drei Strängen. Und hat zum Glück auch ausgereicht, wie ihr sehen könnt. Ich habe mich dann auch so für ein Dreiviertelärmel noch entschieden. Ich dachte erst, okay, mache ich vielleicht nur halben Oberarm. Aber nee, denn ich wollte dann doch lieber alles benutzen. Und ich habe auch wirklich jeden Meter dieses Garnes verwendet. Und habe es dann doch so bis auf die Mitte des Unterarms geschafft. Die obere Mitte des Unterarms, muss ich dazu sagen. Ja, ich habe an der Konstruktion sonst rein gar nichts verändert. Ich konnte halt nur so lange stricken, wie ich Garn hatte. Das war so die einzige Modifikation, die ich gemacht habe. Und ich habe hier unten dieses schöne Zopfmuster nicht nochmal wiederholt, weil Zopfmuster frisst ja in der Regel auch ein bisschen Meter an Garn. Deswegen habe ich es hier unten relativ schlicht gelassen und hier oben dann eben den Fokus drauf gelegt. Und wie gesagt, an der Konstruktion, an den Nadeln habe ich nichts verändert. Alles, was ich so verwendet habe, schreibe ich euch natürlich wieder in die Infobox. Ja, und den hier habe ich wirklich schon oft angehabt. Der sitzt wirklich ganz gut knackig, muss ich sagen. Ich habe die Größe 2 gestrickt. Und ja, der sitzt wirklich hervorragend. Und ich will unbedingt nochmal eine Regular-Variante stricken. Dann also komplett runter. Und dann auch mit diesem schönen Muster am Körperbündchen und so weiter. Aber ich bin auch jetzt sehr zufrieden mit dem Ayami-Sweater. Die Farben sind super, super schön. Kann man ganz schnell mal über ein Kleid rüberwerfen. Jetzt so zu Zeiten des goldenen Oktobers habe ich das Teil auch sehr oft angehabt. Und es trägt sich einfach wunderbar. Es sieht super schön aus. Eben mit diesem wunderschön verzierten Halsausschnitt ganz, ganz toll. Ja, habe mich sehr gefreut, dass das doch noch so hingekommen ist. Und ich kann euch auch ganz ehrlich sagen, bei handgefärbter Wolle sagt man ja immer, man soll immer die Stränge variieren, damit man keine strengen Überbrüche hat, zu den Farben hin und so weiter und so fort. Ich habe ich nicht gemacht. Ich war sehr faul. Ich habe einfach jeden Strang nach und nach runter gestrickt. Und ich finde, man sieht es gar nicht. Also da hat die Kathi von Katinchen mal wieder ganz tolle Arbeit geleistet und wirklich wunderschön gleichmäßige Stringe gefärbt. Da war ich sehr froh, dass ich da nicht noch irgendwas anpassen musste. Wäre jetzt kein Problem gewesen, ganz ehrlich. Also bei so einem relativ dicken Garn kann man das schon mal machen. Aber ich war halt doch ein bisschen faul. Aber es hat auch so einen Spaß gemacht, den zu stricken. Ich glaube, das ist auch so ein Ranunculus-Teil, sage ich jetzt mal, dass man immer wieder in den unterschiedlichsten Kombinationen stricken kann. Und das wird immer wieder wunderschön. Also auf jeden Fall kommt hier noch eine zweite Variante, weil ich einfach dieses Detail so super, super schön finde. Ich habe natürlich noch andere Projekte von Isabel Kremer auf meiner Tapetenrolle, wie das Faultierchen immer so schön sagt. Ja, also da muss auf jeden Fall noch eine zweite Variante her. Das ist also mein Ayami oder Ayami-Sweater von Isabel Kremer. Und wo ich gerade von Ranunculus gesprochen habe, schiebe ich doch gleich mal meine Variante des Ranunculus-Sweaters hinterher. Im letzten Podcast habe ich euch ja erzählt, dass ich bei diesem Knit-Along von Deli Marion, von Willow01 und von Kirstin von Quickstrick mitgemacht habe. Die haben ja eingeladen zum Ranunculus-Knit-Along. Da habe ich natürlich spontan Ja geschrien und mitgemacht. Ich hatte mich für eine Variante entschieden, wo ich ein selbst gefärbtes Garn verwendet habe. Das war ein Fingering-Garn, 400 Meter Lauflänge auf 100 Gramm und ein Seiden-Mohair. Das hatte ich ja damals mal selber gefärbt für den Sosurus-Sweater von Rory Locatelli, der ja bis heute auf seine Fertigstellung wartet. Also nicht, dass ich ihn angefangen hätte, aber das hatte ich mir ja mal vorgenommen vor Äonen. Naja, jedenfalls habe ich in der Zwischenzeit jetzt den ersten Ranunculus gestrickt und ja, der ist wirklich sehr schön geworden. Wie ihr sehen könnt, habe ich mal wieder eine Cropped-Variante gemacht, weil ich ja so ein schönes Sommerkleid hatte und da sollte der so als Schulterwärmer-Überwurf herhalten. Ich habe nichts verändert. Also ich habe komplett nach Anleitung gestrickt. Wie gesagt, ich habe den Körper kürzer gemacht und ich habe auch die Ärmel dann ganz einfach abgekettet. Ich habe hier also kein Bündchen oder so mehr herangestrickt. Das ist alles ziemlich offen gehalten, sage ich mal. Aber sitzt einfach wunderbar, locker, luftig und leicht. Und ich konnte immer nicht verstehen, warum der Ranunculus so extrem gehypt wurde. Also es war ja schon ziemlich nervig, dass irgendwie ständig irgendjemand einen Ranunculus gestrickt hat oder so. Also ich fand die Varianten alle sehr schön und es soll ja jeder auch seinen Strick-Spaß haben. Aber ich konnte das immer nicht nachvollziehen. Was ist denn daran so besonders? Und nur habe ich einen gestrickt und kann sagen, ja, das Besondere daran ist, der ist so leicht und der ist so schnell fertig gestrickt. Man mag es kaum glauben. Also wahrscheinlich auch die Version, die längere Körper haben, wo auch ein Ärmel mit dran ist. Das ist so schnell fertig gestrickt. Man strickt das Ganze ja mit einer 6-Millimeter-Nadel. Und je nachdem, welche Garnkombination oder welches Garngewicht man auswählt, bekommt der Pullover eben eine besonders fluffige oder eine etwas festere Struktur. Und das macht einfach so Spaß. Es sind so ganz winzig kleine Muster hier reingearbeitet. So ein bisschen Lace ist auch noch zu sehen. Und das ist eben das, was das Ganze so besonders macht. Es ist super schnell fertig gestrickt. Und man kann eigentlich einen Ranunculus nach dem nächsten arbeiten. Man sucht sich einfach eine neue Garnkombination und strickt einfach drauf los. Und es ist so schnell fertig tatsächlich. Und ich glaube auch, dass das hier nicht der einzige sein wird, weil eben so diese großen Muster ganz gut zu meinem Typ passen, glaube ich. Und von daher werde ich hier bestimmt auch noch das ein oder andere Teil mehr stricken. Mehr sage ich euch jetzt aber dazu nicht. Ich glaube, ihr habt schon genug von dem Ranunculus-Sweater von Midori Rose gehört. Die Anleitung kriegt ihr wie immer bei Ravelry. Genauso wie die anderen Anleitungen, die ich euch schon gezeigt habe. Bis auf die von der Mercerie. Die bekommt ihr dann bei der Mercerie direkt, wenn ihr dort das Garn dazu kauft. So kommt ihr also, glaube ich, auch an das Freda-Kleid ran. Einige Anleitungen sind auch so frei erhältlich. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das bei dem Freda-Kleid auch dazu gehört. Falls doch, schreibe ich es euch natürlich wie immer in den Bildschirm, damit ihr da auf dem neuesten Stand seid. So, jetzt kommen wir aber zum allerletzten fertigen Strickobjekt. Und das letzte fertige Objekt, was ich euch gerne noch zeigen möchte, ist auch nochmal wieder so eine Ranunculus-Geschichte. Also nicht der Ranunculus selber, aber eben ein Strickteil, das man immer und immer wieder von neuem stricken kann, weil es einfach so einfach und so schnell fertig ist. Und zwar geht es um den Sophie Scarf von Petite Knit. Und ich habe dem Ganzen eine ganze Weile widerstanden und dachte mir, oh nee, das ist so einfach. Nein, das willst du nicht. Oh, das sieht schon ziemlich cool aus. Oh, das sieht ja auch toll aus. Und die Variante. Und plötzlich war der Geburtstag von meiner Mama vor der Tür. Wir hatten ein wunderschönes Geschenk bestellt, das aber irgendwie seit vier Wochen nicht geliefert werden wollte. Und dann war ich so ein bisschen in Zugzwang. Wir sind dann auch mit dem Camper nach Hause an die Ostsee gefahren und auf dem Weg dahin, wir brauchen immer ungefähr so sechs, sieben Stunden, habe ich diesen Sophie Scarf gestrickt. Nicht diesen hier, das ist schon die zweite Variante. Aber das war so schön und so schnell fertig. Also das ist wirklich der Wahnsinn, was die Mette von Petite Knit sich da mal wieder schönes hat ausgedacht. Es ist so schön einfach und schnell fertig gestrickt. Und ich habe es tatsächlich geschafft, so ungefähr 30 Kilometer, bevor wir bei meiner Mama vor der Haustür waren, habe ich dieses Teil fertig gestrickt. Also es war wirklich ganz, ganz schnell fertig und hat natürlich riesen Eindruck bei ihr gemacht. Sie hat sich sehr darüber gefreut und sie trägt den irgendwie gefühlt auch nonstop. Und sie sagt, der passt einfach so wunderbar zu all meinen Sachen. Und der ist nicht so groß und den kann man so schön stylen und, 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 und. Also den kann man ja in den verschiedensten Varianten tragen. Und im amerikanischen Podcaster-Raum wurde der Sophie Scarf ja auch ziemlich, ziemlich gehypt. Und, ja, und nun hatte mich das Virus des Sophie Scarfs dann auch befallen. Und ich habe mir diese schöne Variante gemacht mit einem Fingering-Garn und einem schönen Seiden-Mohair-Strang. Das Garn habe ich mir vor vielen Jahren mal in den USA bestellt, als ich so ein bisschen erst in die Szene reingekommen bin und gesehen habe, okay, es gibt auch handgefärbte Garne. Oh, die sehen ja alle toll aus, aber alle aus den USA. Und den deutschen Markt, den kannte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Von Sweet Sparrow Yarns hatte ich mir das damals über ihren Etsy-Shop bestellt. Ich weiß gar nicht, ob sie noch Wolle färbt, ganz ehrlich, keine Ahnung. Aber ich hatte eben diesen wunderschönen Puderton und dann auch das passende Moher-Garn dazu. Und das ist wirklich super schön und fluffig geworden. Und ihr könnt hier noch so die beiden Fäden sehen. Es sind tatsächlich nur zwei Fäden, die vernäht werden müssen. Es macht so einen Spaß, ja, dieses Teil zu stricken. Es ist so simpel, so einfach, aber trotzdem so schick und elegant, wenn man es trägt. Und ich war so stolz, als ich den fertig hatte. Ich habe hier natürlich nichts verändert, ganz normal nach Anleitung gestrickt, wie immer. Und dann hatte ich ihn fertig und war so stolz auf mein Werk und wollte ihn tragen. Da sagte Hendrik plötzlich, oh, das ist ja die Farbe von Oma, den kannst du ihr ja zu Weihnachten schenken. Mist, er hat recht. Der würde Oma so gut stehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann ist das jetzt Omas Sofis gehabt. Dann werde ich ihr den zu Weihnachten schenken. Ich sitze hier an der Quelle, ich kann ja noch mehr machen. Und dachte mir, ja gut, dann kannst du für Schwiegermama auch gleich noch einen Sofisgarf machen. Und vielleicht für die Schwägerin auch noch. Und ich habe schon zwei Farbevarianten für die beiden Damen. Und dass sie dann höchstwahrscheinlich von mir alle dieses Jahr zu Weihnachten einen Sofisgarf bekommen. Denn der ist wirklich so schnell fertig. Und das ist eben bei dem Sofisgarf auch so eine Sache. Je nachdem, glaube ich zumindest, welche Garnkombination man sich aussucht. So entsprechend entwickelt sich der Schal dann eben. Ich habe jetzt hier so eine Art Sportvariante mit dem Fingering und dem Mohair dazu. Sport bis Decay. Und der ist super schön fluffig und flauschig. Das ist ein Merino-Garn. Und jetzt überlegt man, man hätte ein Alpaka-Garn. Wie fluffig das wäre und wie schön weich und wie zart das fallen könnte. Die Variante von meiner Mama habe ich in einem schwereren Decay gemacht. Das war auch ein Kartinchen-Garn auf 100 Gramm. Auch 230 Meter. Das ist von der Struktur schon wieder etwas steifer. Lässt sich aber auch wunderbar um den Hals schmiegen und dann zu einem Knoten zusammenfügen. Und trägt sich auch wunderbar. Aber diese Variante hier ist schon wieder ein bisschen fluffiger. Ein bisschen, ja, legerer würde ich fast sagen. Und je nachdem, welche Garnkombination man sich hier eben aussucht, entsprechend der Eigenschaften des Garnes wird dann eben auch der Sofiscaf. Ihr seht schon, dass ein Kraus rechts mit so einem kleinen I-Cordrand rechts und links macht einfach total viel Spaß. Hat hier in der Mitte auch so eine dicke Variante und läuft dann schmal aus. Inzwischen gibt es auch die große Schwester. Also nicht nur dieses Haltstuch, sondern auch die große, große Schalvariante, die ich auch ganz toll finde. Ja, macht einfach süchtig. Und ihr merkt schon, wie begeistert ich mal wieder bin. Ich bin ja sowieso ein riesen Petit-Nit-Fan, wie ihr vielleicht auch wisst. Ja, und den hier, den werde ich bestimmt, also garantiert noch zweimal stricken und dann hoffentlich auch mal eine Variante für mich. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich die schönen Sachen immer für alle anderen stricke und ich gehe leer aus. Nein, ist ja natürlich nur Spaß. Ich kann ja natürlich zu jeder Zeit so was Schönes für mich arbeiten. Aber wie gesagt, der Sophie Scarf von Petit-Nit ist auf jeden Fall auch so ein Suchteil, was man auch zwischendurch mal ganz wunderbar stricken kann. Und wenn man auch nicht unbedingt so ein Sockenstricker ist, ich bin ja auch nicht so eine Sockenstrickerin, dann ist das hier auch ein wunderbarer Palette-Cleanser, wenn man vielleicht mal was Anspruchsvolleres gestrickt hat und sagt, oh, ich will mich jetzt aber erstmal ein bisschen entspannen, irgendwas Einfaches stricken, wo ich nicht so groß nachdenken muss, aber nachher was Tolles habe zum Tragen. Ich denke, dann ist der Sophie Scarf genau das Richtige. Ich denke, ich denke, ich bin ja Mario hier in derнитный A Bis zum nächsten Mal. 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 Wir sind durch Italien gefahren und dann haben wir zwei Wochen auf Corsica verbracht, bevor dieser Riesensturm da war. Und den ganzen Weg natürlich wieder zurück und in der Zwischenzeit habe ich eben diese Biene hier gehekelt. Die stand ja auch schon ganz lange auf meiner Agenda. Die hat sogar einen kleinen Stachel bekommen und die rosa Flügel und die süßen kleinen Schühchen. Also ganz, ganz niedlich. Die hat wunderschöne Farben und ich habe mich eben hier an dem Original orientiert. Ich hatte jetzt anstatt des anthrazitfarbenen Graus habe ich nur so ein dunkelblau gehabt, aber ich fand die Farbe auch ganz, ganz schön und passend zu dem schönen Gelb mit dem schönen Salbeiweiß gestreiften Schal. Ja, ich bin sehr zufrieden und das kleine Bienchen wird mich halt immer an diese wunderschöne Reise erinnere, diese vier Wochen wirklich mal Campertour und das war einfach traumhaft schön. Natürlich könnte ich das jeden Sommer machen, aber so viele Urlaubstage habe ich ja leider nicht. Ja, aber war sehr schön und diese kleine Biene wird mich immer wieder daran erinnern. Das erste Projekt, das aktuell bei mir noch an den Nadeln hängt, ist ein Projekt von Andrea Mowry. Und zwar habe ich vor einer ganzen Weile angefangen, den Metamorphic Sweater zu stricken. Das ist also das zweite Strickteil, das heute unserer Podcast-Folge den Namen gegeben hat. Ja, und wie ihr sehen könnt, bin ich schon ein Stück weiter gekommen. Ich hätte schon fast fertig sein können, wenn ich nicht zwischendurch die Nadel gewechselt hatte. Also ich habe den Pullover schon mal bis hier ungefähr fertig gehabt und habe dann aber hier oben mit, ich glaube, Metallnadeln gestrickt und habe hier unten dann auf Holznadeln gewechselt. Also ich habe erst hier oben mit den Haya-Haya-Sharps gestrickt und wenn ihr diese Haya-Haya-Sharps kennt, dann wisst ihr, dass die nicht umsonst Scharp heißen. Also ich habe dann immer, weil ich beim Stricken manchmal die Nadel immer so mit meinem Finger zurückschiebe, habe ich hier echt schon bald ein Loch drin gehabt. Und das hat irgendwann so wehgetan, dass ich gedacht habe, oh, ich kann nicht mit diesen Nadeln weiter stricken. Ich kann nicht und ich will nicht. Und dann habe ich eben ab hier unten, ab der Ärmelaufteilung, mit meinen Pro-Nadeln einfach weiter gestrickt. Oder war das mal Lana Grosser? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls mit Holznadeln. Und da hat sich dann meine ganze Maschenprobe total verzogen. Hier oben war alles total eng und zusammengeschoben und hier unten war dann alles so schön offen und fluffig. Und ich dachte mir, nee, das Strickbild hier unten, das sieht viel schöner aus und das ist auch ganz anders als da oben. Also habe ich gedacht, okay, ich mache nochmal alles auf und fange nochmal von vorne an. Naja, man strickt ja gerne, nicht wahr? Also jedenfalls war es hier bei dieser Variante so. Und ich habe gedacht, okay, komm, das bringt nichts jetzt weiter zu stricken, weil wenn es dir nicht gefällt, dann trägst du es nie. Und dafür ist es zu schade. Also habe ich nochmal alles aufgemacht und von vorne angefangen. Naja, soweit bin ich jetzt jedenfalls schon. Und ihr könnt auch schon sehen, dass ich hier mich für einen Farbverlaufsgarn entschieden habe. Meine Hauptfarbe ist wieder das Top Grey von Ito in der Sokosho-Qualität. Das ist ja auch das, was ich für mein Kleid verwendet hatte. Und dann habe ich mich für Spin Cycle Jans entschieden in dem Farbverlauf Deep Bump. Das ist eine gelb-grün-blau Variante, wie ihr sehen könnt. Ja, und ich finde das wirklich richtig, richtig toll. Das wird ja eigentlich hier auf der Glattrechtsseite gestrickt, weil Glattrechtsstricken machen die meisten lieber als Glattlinksstricken, was ich hier sehr gut verstehen kann. Aber getragen wird er dann eben von der linken Seite. Ja. Und man hat hier in der Mitte noch diesen schönen Steg. Das kennt man ja auch schon vom Weekender Sweater von Andrea Murray. Und ich muss sagen, ich bin jetzt mit dem zweiten Anlauf sehr, sehr zufrieden. Freue mich schon sehr, wenn der fertig ist. Ich mag den Verlauf einfach unheimlich gern. Das ist wirklich schön. Und ich habe einen so braun-orangefarbenen Cordrock, den habt ihr vielleicht im letzten Vlog schon mal gesehen, da hatte ich den an. Und ich glaube, da wird dieser Pullover ganz wunderbar zu passen, weil rot-braun und blau, das sind ja so schöne Komplimentärtöne. Und ich glaube, dass das wirklich richtig cool zusammen aussehen wird. An der Konstruktion habe ich nichts verändert. Ich stricke ganz normal mit einer 4 Millimeter Nadel. Das Bündchen habe ich, glaube ich, mit einer 3,75 gearbeitet, wenn ich mich richtig erinnere. Von meiner Kontrastfarbe habe ich jetzt gerade das zweite Knäuel angefangen. Ich hatte das Spin Cycle Garn ja ursprünglich mal bestellt, um mir eine zweite Variante von dem Shifty Sweater zu machen. Ich habe den ersten bis heute noch nicht fertig. Also ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber irgendwie treibt mich nichts an diesem Pullover ran, jedenfalls im Moment nicht. Aber das kann ja vielleicht noch kommen. Jedenfalls hatte ich damals geplant, okay, wenn, dann mache ich doch nochmal eine komplette Spin Cycle Variante. Aber dazu ist es nie gekommen. Und da habe ich mir gesagt, okay, dann nimmst du das Garn jetzt her, dieses Deep Bump. Und machst dir daraus eben diesen schönen Metamorphic Sweater. Mal gucken, ob ich vielleicht nicht doch noch einen dritten Strang dafür aufwickeln muss. Es könnte natürlich sein. Ich bin bei dem Körper jetzt schon fast fertig. Also ich bin ja schon fast auf der Länge, die ich haben will. Das ist ja auch wieder so eine Cropped Version, jedenfalls in der Original Variante. Hier unten kommt noch so ein dickes graues Bündchen dran mit dem Idoso Kurschu. Das ist ja immer hier auf diesen Konen aufgewickelt. Das ist also das Top Grey. Und ja, zusammen ist das wirklich eine ganz tolle Variante. Und ich freue mich schon, wenn er fertig ist. Vielleicht wird er ja noch dieses Jahr fertig. Wäre ja schön. Es ist ja nicht so, dass er nicht mit anderen Projekten konkurrieren würde. Ihr kennt mich ja auch schon ein bisschen. Und ihr wisst, dass das vielleicht doch mal das ein oder andere Mal länger dauern könnte. Das ist jedenfalls mein aktueller Stand zum Metamorphic Sweater von Andrea Mowry. Das ist genau das. Musik Musik Und last but not least habe ich natürlich noch ein ganz besonders schönes Colorwork Projekt, gerade auf den Nadeln und das hat dem Metamorphic Sweater so ein bisschen die Strickzeit abgerungen und zwar handelt es sich um den Koivua Sweater von Caitlin Hunter oder Boyland Knitworks, je nachdem welchen Namen ihr verwendet, ich glaube es funktioniert beides Das ist er also, das ist ja ein Prachtstück Wie ihr sehen könnt, habe ich hier auch wieder ein schönes Verlaufsgarn genommen, ich habe mich auch wieder für Spin Cycle Jans entschieden und zwar in der Base Dream State der Metamorphic Sweater war Died in the Wool, das ist die Sportvariante und Dream State geht so Richtung Heavy Decay Rusted wenn nicht sogar schon ein bisschen dicker Ja und dafür habe ich mich dann letztendlich entschieden das ist die Farbvariante Rusted Rainbow, wenn ihr euch das mal aus der Nähe anschauen wollt, also das ist wirklich super super schön Wir haben hier oben so ein ganz bisschen Colorwork Teil, dann kommt so ein schönes Strukturmuster und dann hier wieder dieses grandiose Colorwork Schaut euch das mal an Geht bis hier unten runter In der Mitte haben wir wieder so ein bisschen Strukturmuster Ja und dann endet das Ganze auch hier unten wieder mit einem Strukturmuster Das habe ich jetzt so gut wie fertig Und dann kommt noch so ein ganz kleines Stück von dem Bündchen hier oben Das wird auch wieder so eine Ich glaube drei rechts, eine links Und dann ist der Körper auch schon fertig Ja und ihr könnt hier schon meine Seile sehen Das war ja diesen Sommer die Offenbarung für mich Diese Seile zu verwenden anstatt eben dieses Restgarn, was ich sonst immer genommen habe Aber bevor ich euch dazu erzähle, sage ich euch vielleicht lieber nochmal, was ich für eine Hauptfarbe genommen habe Und zwar ist das Creme von Knitting for Olive in der Yarn Base Heavy Merino Das ist auch wirklich ein Heavy Merino Ich habe das mal hier für euch als Beispiel Und zwar ist das das Knitting for Olive Heavy Merino Das ist auch richtig heavy Das hat 125 Meter auf 50 Gramm Eigentlich eine Maschenprobe von 18 Maschen Bei einer 4,5er Nadel Also ist eigentlich schon ein bisschen dicker als eigentlich vorgeschlagen Und das hier ist nochmal das Dreamstay Ja, ich fand die Kombination super schön Und das Heavy Merino ist auch einen kleinen Ticken dicker als das Dreamstay Und ich glaube, das ist auch schon ja, deutlich dicker als in dem Originalprojekt, glaube ich jedenfalls Das hier ist nämlich ein richtig schöner, dicker Winterpullover Also es gibt ja auch ganz wunderschöne, zarte Varianten wo dann so ein Decay verarbeitet wurde oder so ein Heavy Decay wo das Ganze dann noch ein bisschen schöner fällt Aber das hier, das wird ein richtig schöner, dicker Winterpullover Und ich hoffe, dass es auch entsprechend kalt wird dass ich den auch tragen kann Ja, wird auf jeden Fall richtig schön kuschelig Ich habe die Größe 2 gestrickt bisher Also ich habe auch nichts verändert Keine Modifikationen gemacht Immer schön nach Anleitung gestrickt Und der wird auch einen Ticken größer Und der soll ja auch mit, ich glaube 10 oder 11 Zentimeter Überweite gestrickt werden Oder Positive Ease, wie es in der Anleitung heißt Und ich glaube, so wird er auch Und so soll er auch werden Ich habe die Körperlänge jetzt nicht verändert Also ich denke, dass es so auf Hüfthöhe dann nachher Oder ja, Beckenknochen, Oberkantenhöhe Enden wird bei mir Habe ihn auch schon Probe getragen Sitzt wunderbar Ich freue mich also sehr Und ich finde die Farben einfach super schön Und passt auch wieder wunderbar in meinen Kleiderschrank Also wenn ihr Lust auf Colorwork habt Dann kann ich euch das wirklich empfehlen Es ist ganz, ganz schnell weggestrickt Ich habe ja früher auch immer gedacht Colorwork wirst du nie arbeiten Das ist viel zu kompliziert Aber ich habe inzwischen so meine Technik raus Dass ich mit der Hauptfarbe Immer ganz normal kontinental stricke Und mit der Kontrastfarbe immer so englisch Also dass ich ganz normal kontinental meine Hauptfarbe Und die Kontrastfarbe schmeiße ich dann quasi immer so rüber Wie beim englischen Stricken Und das hat jetzt wirklich wunderbar geklappt Auch bei diesem Colorwork-Teil Ich habe den Strukturteil des Pullovers Immer in der 4mm Nadel gestrickt Und den Colorwork-Teil in der 4,5mm Variante Sodass ich dann auch so ungefähr mit den Maschenproben Dann ganz gut hinkomme Und es hat bisher gut geklappt Und Ironie des Schicksals Ich habe genau mit diesen Nadeln gestrickt Mit den Higher Higher Sharps Die ich zuerst ja als sehr unangenehm empfunden habe Weil die eben so wahnsinnig spitz sind Aber für dieses Projekt hat es sich eben total gut angeboten Und naja Ich habe schon fast meinen Frieden mit diesen spitzenteilen geschlossen Muss ich ehrlich sagen Ja, aber so ist das halt Jetzt erzähle ich euch aber nochmal so ein bisschen was zu diesen Schnüren Und zwar habe ich die von den beiden zauberhaften Damen Vom Wiener Wollkongress geschickt bekommen Als Geschenk Und da habe ich gedacht Als Kind hast du doch mit solchen Dingen auch schon gespielt Wie hieß das denn noch? Und dann kam ich eben da drauf Dass wir früher mit diesen Scooby-Doo-Bändern gearbeitet haben Und dann haben wir so Anhänger gemacht Und boah, bis zum Umfallen gefühlt Haben wir da mit diesen Gummiteilen gespielt Und die sind natürlich auch von innen hohl Und da habe ich mir mal so eine kleine Auswahl bestellt Bei Amazon Und da gibt es eben diese Plastik-Schnüre Die als Scooby-Doo-Bänder dort verkauft werden Gibt es die zuhauf Ich habe jetzt glaube ich für 50 von diesen Glitzer-Teilen Habe ich jetzt ungefähr 8 Euro bezahlt Fand ich jetzt vom Preis-Leistungs-Verhältnis her wunderbar Sind so ungefähr so zwischen 75 Zentimetern und 100 Zentimetern lang Und ich finde zum Maschenstelligen braucht es gar nicht viel Und da kann man eben auch die Nadel vorne reinstecken Auch eine ganz normale Pro-Nadel sollte da reinpassen Und dann kann man eben die Maschen sichern Und ja, braucht nicht immer irgendwie so extra Garn abschneiden oder so Und kann man immer wieder verwenden Also ich finde ja die Technik wunderbar Ja, war für mich auch eine ganz tolle Entdeckung dieses Jahr Ja, und das war eben auch schon das Was ich aktuell alles so auf den Nadeln habe Und ich bin ja auch beim Düsseldorfer Wollfest gewesen Diesen August Es war wunderbares Wetter Es war super schön warm Ich habe ganz, ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt Durfte bei ihnen sitzen und ein bisschen schnacken über das Strickzeug Das war wirklich ganz toll Vielen lieben Dank, dass ihr mich alle angesprochen habt Und dass ihr Hallo gesagt habt Und ich habe auch das erste Mal die liebe Eveline von Maschenträumen kennengelernt Das ist ja so eine zauberhafte Person Also ganz toll Ich hätte auch noch stundenlang mit ihr schwatzen können Vielleicht können wir das ja irgendwann mal nachholen Wir wohnen ja nicht weit auseinander Ich habe natürlich auch ganz viel Wolle geschoppt Aber das zeige ich euch, glaube ich, mal in einem Vlog Bei Madame Benoit bin ich ein bisschen eskaliert Ein bisschen ist untertrieben Aber ich habe schon vorher immer in ihrem Online-Shop gestöbert Und geguckt und die Farben Und bin immer wieder von abgekommen Und dann habe ich ihren Stand da gesehen Ich bin da rein Und das war, als ob ich in so einem ganz ruhigen Raum war Sie hat ja so ein wunderschönes Gestell um ihre Ausstellungsfläche herum Und wenn man da so reinkommt, hat man nicht das Gefühl, dass man auf einer Messe ist Sondern, dass man wirklich in einem abgetrennten Raum steht Wo wunderschöne Garne zu sehen sind Und ja, das hat mich total runtergeholt Ich war so entspannt Und habe dann die ganz tollen Garne bestaunt Und habe dann auch ziemlich zugeschlagen Ja, also das war sehr erfolgreich für mich Ich habe mich einfach sehr gefreut Ich habe ganz viele wunderschöne grüne Garne gekauft Also ganz, ganz toll Aber das zeige ich euch dann mal an anderer Stelle hier auf dem Kanal Wo ich auch noch zugeschlagen habe War bei der Sockenmanufaktur von Martina Knaps aus Bünde Ist bei mir auch um die Ecke Und zwar wollte ich schon immer mal so einen Wollhalter haben Das ist, das kennt ihr sicherlich alle Also ich weiß gar nicht, wie ich die letzten acht Jahre ohne dieses Teil ausgekommen bin Das ist so cool Und so praktisch Ja, da steckt man eben seinen Wollknäuel oben drauf Und kann dann munter losstricken Und muss nicht immer erst wieder ein Stück Garn abwickeln Sondern dadurch, dass es hier kugelgelagert ist Dreht es sich immer ohne Widerstand mit, wenn man das Garn abwickelt Also es ist grandios Und ich weiß gar nicht, warum ich so lange gewartet habe Aber ich habe eben auch was ganz Bestimmtes gesucht Und das hier ist die Nussbaum-Variante Und die ist so schön Wenn man das so dreht, dann verändert das so von ganz alleine seine Farbe Und es ist so toll Also ich bin sehr happy, dass ich dieses wunderschöne Teil ergattert habe Das habe ich quasi beim Rausgehen noch so im Augenwinkel gesehen Oben auf dem Regal Ich habe natürlich ganz wunderschöne angemalte Wollhalter gesehen Die, da war dann eben so drauf gemalt wie ein Leuchtturm Oder es gab auch ganz viele naturbelassene Aber es gab eben halt auch sehr viel so helles Holz Und ich wollte gerne was in dunklem Holz haben Und ich habe immer geguckt Und wir wollten gerade wirklich schon rausgehen Und so im letzten Moment habe ich dann Dieses wunderschöne Teil in Nussbaum gesehen Und das ist einfach so cool Und da war ich so begeistert Und da habe ich gedacht Ja, du kommst mit nach Hause Ja, also Ich glaube, man kann auch bei ihr anrufen Oder bei ihrem Mann Und haben auch eine Internetseite Sockenmanufaktur.de Da kann man dann bestimmt auch mal stöbern Oder eben anrufen und fragen Was sie gerade so im Angebot haben Vielleicht haben sie ja noch Den einen oder anderen Wollhalter in Nussbaumoptik Ja, aber ich war sehr happy Dass der mitgekommen ist Ja, meine Lieben Und das war auch schon wieder alles Was ich gerade aktuell auf den Strignalen habe Im Moment häkle ich nichts Ich habe aber auch schon ein paar Pläne Aber dazu erzähle ich euch dann sicherlich gerne noch was Wenn es soweit ist Jetzt seht ihr aber im Hintergrund Auch schon ein bisschen Wolle Ich habe natürlich auch schon Die nächsten Projekte in Planung Und das schauen wir uns mal genauer an Und zwar habe ich über das letzte halbe Jahr Aus 2021 bis diesen August Verschiedene unversponnene Garne gesammelt Und zwar ist das von Eastex Die Plötolopi Wolle Das ist ein, wie gesagt, ein unversponnenes Garn Und ich wollte das in einer bestimmten Farbzusammenstellung haben Weil ich gerne den Into the Wild Pullover von Tanja Barley stricken möchte Das ist der, wo auf der Rundpasse die Füchse drauf sind Den habe ich mal bei Finish Knitting Stories gesehen Und den fand ich wunderschön Es hat aber echt eine ganze Weile gedauert Bis ich die Plötolopi Wollen in der richtigen Farbe zusammen hatte Irgendwie Ich weiß gar nicht, ob das so ähnlich ist wie bei Nutident Wo nur ein oder zweimal im Jahr Verkauf gestartet wird Und das, was da ist, ist halt da Und wenn nichts mehr da, ist es ausverkauft So ähnlich hat sich das, glaube ich, auch hier Bei der Plötolopi Wolle herausgestellt Ich habe das bei den unterschiedlichsten Shops tatsächlich gekauft Das Grün habe ich bei einem Shop gekauft Das Schwarz und den Cremeton habe ich irgendwo zusammengefunden zum Glück Und das Orange, das habe ich gerade erst vor kurzem in einem Shop gefunden Das sind soweit auch die Originalgarne, die Tanja Barley für ihren Into the Wild Pullover In der Originalversion verwendet hat Und ich bin sehr froh, dass ich das jetzt ergattern konnte Ich habe auch schon von ein paar Strickfreundinnen gehört Dass es schon sehr herausfordernd ist, mit dieser unversponnenen Wolle zu stricken Dass die auch sehr leicht reißt Und ja, dass es sehr anspruchsvoll sein soll, mit dieser Art Wolle zu stricken Und das möchte ich natürlich gerne auch herausfinden Und mal schauen, wie ich mich dabei so anstelle Und ja, dafür habe ich mich eben entschieden Ich kann euch ja nochmal so ein bisschen dichter das schöne Garn zeigen Das ist also der Cremeton Wirklich wunderschön changierend Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen Wie schön es jetzt gerade bei mir hier in der Hobby-Ecke nach Wolle duftet Da könnt ihr einmal diesen Rot-Orange Ton sehen Also wirklich wunderschön Ich freue mich schon sehr, damit zu arbeiten Das hier ist so ein schwarz Aber so richtig schwarz-schwarz ist es gar nicht Es ist auch so changierend Hat so verschiedene Töne Ganz wunderschön Und dann natürlich der Star der Show Das schöne Grün Hiervon habe ich zwei Ja, Wollplatten würde ich fast sagen Ich weiß gar nicht, wie ich es euch anders beschreiben soll Jarn Cakes Das ist ja nun mal die Hauptfarbe Davon brauche ich am meisten Ja, und dann wird das hoffentlich ein ganz schöner Fuchspullover Es fühlt sich auch sehr rustikal an Also ich habe schon deutlich rustikalere Wolle versponnen Die hier ist so im guten Mittelfell, würde ich sagen Wird sich, glaube ich, aber auch gut tragen Denn als Camper braucht man natürlich immer schöne, warme, wollige Sachen Und ja, was kann es da Besseres geben Als so einen schönen Wollpullover aus isländischer Wolle Ich meine, wenn einer mit Schietwetter umgehen können muss Dann sind es die Isländer Und die tragen schließlich auch ständig ihre wunderschönen Wollpullover Ja, da freue ich mich eben sehr drauf Den als potenziell nächstes Projekt anzuschlagen Und last but not least habe ich Wie könnte es anders sein Noch ein neues Projekt von Andrea Murray in der Planung Aber da muss ich mal sehen, wann genau ich das stricken möchte Denn ich weiß, dass die liebe Dagmar von der Mercerie in München Auch einen schönen Colourwork-Pullover in Planung hat Und da möchte ich erstmal abwarten Denn sie hat was Schönes mit Snaffnook in Planung Und ja, da bin ich natürlich auch sehr geneigt Da erstmal hinzugehen Aber falls nicht, werde ich auf jeden Fall erstmal den Alpenglow 1 Von Andrea Murray anschlagen Neben diesem wunderschönen Into the Wild Pullover Und ich habe da auch in meinem Stash nochmal so ein bisschen rumgewühlt Und geguckt, was ich so an Wollvorrat vielleicht passendes schon da habe Der Pullover, der wird ja aus verschiedenen Garnqualitäten zusammengestrickt Und ja, genau so bunt ist eben auch meine Auswahl Für den Kragen habe ich mich jetzt für Isaha Alpaka 2 entschieden Und zwar in diesem schönen Senfton Finde ich ganz, ganz schön Und den werde ich wahrscheinlich, also den Kragen werde ich wahrscheinlich dann mit diesem Alpaka garen Und mit dem Silk Hair Super Kit Mohair mit Seide von Lana Grosser verarbeiten Damit das so ein bisschen aufgebrochen wird Ich glaube, das kann wirklich ganz schön zusammen aussehen Habe schon mal so eine kleine Garnprobe gemacht Und wenn der, dieser kleine Kragen dann fertig ist Dann wird ja nur mit dem Silk Mohair gearbeitet Da würde ich dann auch bei dieser Farbe bleiben Und der Körper, der wird wieder in so einem, ja, Moseik Der Ding würde ich fast sagen gestrickt So wie wir das vielleicht auch schon bei dem Shifty kennen Und hier habe ich eben noch was von Spin Cycle Jans da gehabt In der Farbe Grumpy Birds Finde ich also richtig cool Das ist diese Farbkombination Und dazu hat mir eben die passende Hauptfarbe gefehlt Deswegen habe ich nochmal von Quince & Co. das Chicardie dazu genommen In diesem schönen Grünton Und ich glaube, diese beiden werden sich wirklich ganz, ganz toll ergänzen Der Kontrast ist schön, aber trotzdem passt es wunderbar zusammen Und auch dieser Colourpop mit dem Orange und diesem schönen Senf Wird, glaube ich, ganz, ganz gut passen Ja, also da freue ich mich schon sehr drauf, wenn ich den irgendwann mal anschlagen sollte Ich hoffe, es dauert nicht zu lange So, meine Lieben, jetzt habe ich euch aber bestimmt schon wieder ein Ohr abgekaut Ihr habt bestimmt schon ganz, ganz viel gestrickt Das hoffe ich jedenfalls Ich hoffe, ihr hattet eine wunderbare Zeit hier mit mir zusammen in der Hobby-Ecke Und macht euch jetzt noch eine schöne weitere Strick- oder Handarbeitszeit Oder geht vielleicht auch schlafen, wann auch immer ihr dieses Video seht Es war schön, wieder von euch zu lesen unter dem letzten Vlog Also da haben ja wirklich so viele von euch geschrieben So viele Glückwünsche nochmal zur Hochzeit übermittelt Vielen, vielen, vielen lieben Dank für das herzliche Willkommen zurück Hier bei YouTube, auch durch eure wunderbaren Kommentare Ich versuche immer allen zu antworten Aber zeitlich schaffe ich das leider nicht immer Aber ich versuche zumindest ein Herz zu geben Also, dass ihr sehen könnt, dass ich eure Kommentare gelesen habe Und ich freue mich schon sehr, wieder von euch zu lesen Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit Jetzt kommt ja bald die Weihnachtszeit Und ich debattiere so ein bisschen mit mir Ob ich vielleicht dieses Jahr auch wieder Vlogmas mache Oder ob ich es dieses Jahr vielleicht mal ganz anders mache Oder überhaupt mache Da bin ich noch nicht ganz mit mir übereingekommen Aber ich denke, ich werde euch auf dem Laufenden halten In dem nächsten Vlog oder in dem nächsten Vlogmas Video Das bleibt dann noch abzuwarten Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit Lasst es euch gut gehen Bleibt schön gesund Entspannt euch schön mit eurem Handarbeitszeug Und dann sehen wir uns doch auch hoffentlich im nächsten Video wieder Apropos Es gibt natürlich auch noch ein kleines Art von Draht Update Und ich habe ja auch schon ein paar Bilder gepostet bei Instagram Also, falls ihr Lust habt Dann werde ich euch auf jeden Fall nochmal über das Shop Update abinformieren Und ja Dann bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017